Guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Martina Grum. Ich bin Geschäftsführerin von der Firma At Work. Also ich gehöre zu keinem Hersteller, bin aber seit vielen Jahren auch Mitglied von der Digital Society. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde, das heute hier präsentieren zu dürfen. Ich hoffe auch, es hört mich jeder gut. Ansonsten bitte unterbrecht mich, dann kann ich auch natürlich auf ein anderes Headset wechseln bzw. vielleicht auch die Fragen wiederholen, die sich so ergeben. Ich habe jetzt relativ gespannt gehört, die Vorträge von Werner und auch den Vortrag über Amazon. Mein Vortrag ist ein bisschen kürzer gehalten, weil ich mich an die Vorgabe von 20 Minuten halte. Und ich hoffe, es ist auch heute für euch etwas dabei. Kurz zur Vorstellung noch von meiner Person. Also wie gesagt, ich bin in der Geschäftsführung von der Firma At Work. Wir sind ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Wien im 19. Bezirk. Ich bin aber auch gleichzeitig sehr stark verbunden mit dem Unternehmen Microsoft. Nicht beruflich, also ich bin auch keine Angestellte von Microsoft, sondern ich bin in der Community rund um Microsoft sehr stark engagiert. Und das passt auch ganz gut zu dem Thema Cloud Computing, weil es hat eigentlich damit begonnen, dass im Jahr 2006, 2007 wir gesessen sind bei der Microsoft und einen Vortrag gehört haben über die neue Strategie, was da einfach passiert. Und da ist Folgendes gewesen, dass einer der Kollegen dort gesagt hat, das nächste große Ziel, auf das die Microsoft setzen wird, ist einfach Cloud Computing. Und wenn ihr in Zukunft auch modern sein wollt, dann schaut euch das bitte an. Und ich habe mich dann am Abend hingesetzt und habe mich registriert als Cloud Partner und habe am nächsten Tag dann eine E-Mail geschrieben. Sowas ist jetzt, wir sind registriert, wie tun wir weiter? Und genau solche Themen möchte ich auch heute erzählen, damit es ein bisschen aus der Praxis auch kommt, was einfach Vorteile sind und Herausforderungen. Zum damaligen Zeitpunkt, das ist dann auch passiert, dass ich mich sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, dass ich mir halt angeschaut habe, welche Services gibt es rund um Microsoft 365, welche Services gibt es rund um Azure. Und ich habe zur damaligen Zeit sehr, sehr viel Feedback bekommen, dass nicht unbedingt immer positiv war. Also das Netteste, was ich damals gehört habe, war, Martina, du wirst damit nie Geld verdienen, weil niemals wird irgendjemand Cloud Services verwenden, beziehungsweise, ja, dir gehört ja die Firma, du kannst dir das leisten, spiel dich halt ein bisschen herum mit diesem neumodischen Zeug und schau dir ein bisschen Cloud Services an. Und das Interessante aus der Geschichte heraus, und deswegen erzähle ich das auch ganz gern, ist, das hat mir oder das hat uns auch einen gewissen Vorteil gebracht, weil wir einfach zu einer Zeit auf Cloud-Technologien begonnen haben zu setzen, wo noch niemand daran geglaubt hat. Und so möchte ich das eigentlich auch starten. Der Werner hatte das schon gezeigt, was ist Cloud Computing eigentlich? Cloud Computing ist einmal etwas, was jetzt nicht etwas Spannendes, ganz Neues ist, oder irgendein Hexenwerk, sondern ist tatsächlich, es sind Computing-Ressourcen, die einfach genutzt werden, nämlich Datenbanken, Komponenten, intelligente Funktionen, Software und so weiter, die über das Internet einfach verwendet werden. Und das Interessante an dem Ganzen, und deswegen finde ich das auch so spannend ist, Cloud Computing ist auch etwas, was Innovation treibt. Und zwar extrem schnell. Und ich komme durch diese Innovation natürlich auch in einen sogenannten Evergreen-Zyklus hinein. Das heißt, für mich ein wesentlicher Punkt von Cloud Computing ist, man geht nicht mehr traditionell vor in seiner Vorgangsweise, dass man sagt, ich installiere mal ein Betriebssystem, dann warte auf das nächste Service Pack, dann warte eineinhalb Jahre auf das nächste Service Pack und dann kommt die nächste Release, sondern es ist immer wieder ein Schritt nach vorne und auch immer wieder etwas Neues, auf das ich zugreifen kann. Und das bedeutet auch, und das habe ich auch gelernt von Kollegen, die einfach gesagt haben, wenn du im Cloud Computing bist, du machst keinen Rollback. Du sagst nicht, das Service Pack 1 hat nicht funktioniert in unserer Cloud, wir gehen jetzt wieder zurück auf das alte Release, sondern du versuchst auch immer das Problem, das du jetzt vielleicht gerade hast, auch wieder zu fixen. Und wenn ich mir das aber anschaue aus einer Statistik und jede Präsentation lebt ja auch davon, dass man eine Statistik hat, ist einfach etwas, das ich immer wieder erlebe und das ich vor allem auch hier in Europa sehr stark erlebe, dass sehr viele Leute zu mir sagen, ich verwende die Cloud nicht, das ist alles unsicher. Und sehr viele Personen aber einfach Cloud Services verwenden, ohne es zu wissen. Jedes Android Phone, jedes iPhone, jedes mobile Device, das ich verwende, ist derzeit mit einem Cloud Service Provider verbunden. Jeder speichert seine Daten in der Cloud. Und es ist für viele einfach nicht ganz klar, wie wird das eingesetzt, wo kann ich das einsetzen und so weiter. Und daraus ergibt sich auch diese Statistik, dass nach wie vor Leute sagen, ich war nie in der Cloud, ich verwende das einfach nicht, ich benutze kein einziges Cloud Service. Und das ist aber entspricht auch nicht mehr der Realität, dass man tatsächlich sagt, okay, ich verwende keine Cloud Services und dann gehe ich weiter und habe ein Android Phone, das ich mit mir mittrage. oder eben ein iPhone. Es ist völlig egal, wo ich das habe. Und was ich hier dann auch einmal vorstellen möchte, sind einfach wie Cloud Services, ein Beispiel von Microsoft Services funktionieren, was so die typischen Anwendungsfälle sind. Ich möchte ein bisschen aus der Praxis erzählen, was wir auch bei Kunden einsetzen, was ich von Kunden gelernt habe, rund um Cloud Services und wie wir das einfach machen. Aus der Sicht von Microsoft gibt es drei unterschiedliche Services, die verwendet werden. Das eine Service ist eben Microsoft 365, das auch viele kennen unter dem Namen Office 365. Das hat Microsoft einfach vor drei oder vier Jahren dann zusammengefasst, unter dem Gesichtspunkt Microsoft 365, weil es nicht nur Office ist. Office wird von vielen Anwendern einfach interpretiert. Das ist mein Excel, das ist mein PowerPoint, das ist mein Word-Dokument. Das ist das, was ich so zum täglichen, mein E-Mail, mein Outlook, das wird so interpretiert. Aber Microsoft 365 hat mittlerweile sehr, sehr viel mehr Services. Ich habe ein mobiles Device Management, ich habe eine Datenklassifizierung, ich habe Compliance, also ich habe alles da herum und damit passt auch dieser Begriff Office 365 nicht mehr ganz zu diesem Service. Dann habe ich Microsoft Azure als zweiter Service, was man verwenden kann. Zum einen, wie es der Werner erklärt hat, als Infrastruktur-Service. Das bedeutet, ich habe virtuelle Maschinen, die in der Cloud betrieben werden. Da ist es wieder aus meiner Sicht, es ist wie ein Rechenzentrumsbetrieb, wie ich es vielleicht gewohnt bin von der Historie. Ich habe irgendwo Typer wie Services stehen, die können in Wien in der Shuttleworth-Straße stehen, die können in irgendeinem angemieteten Datacenter sein und so weiter. Solche Services bietet Azure auch an. Azure bietet aber auch sehr, sehr viel mehr an, nämlich in Richtung Plattform. Es ist Services. Das sind einfach Services, die ich verwenden kann, um tägliche Aufgaben zu bewältigen, um Datenbanken zu skalieren, um künstliche Intelligenz einfach zu verwenden. Und Azure ist im Vergleich zu Microsoft 365 riesengroß, weil es kommen eigentlich täglich Services dazu. Und was auch ganz interessant ist an der Stelle ist, dass diese Services dann natürlich auch weltweit verfügbar sind. Das bedeutet, wenn ich als europäischer Kunde sage, ich möchte bitte ein Datacenter in Europa verwenden, dann verwende ich das einfach, weil ich hier auch aussuche, wo meine Services liegen. Bei Microsoft 365 im Unterschied, das ist ein reines SaaS-Service. Dort wird auch bestimmt, wo meine Services liegen. Und diese Bestimmung mache auch ich, wenn ich ein Microsoft 365 Service aufmache, dann sage ich, ich bin ein österreichischer Kunde. Damit liegen meine Services in einem europäischen Datacenter und werden von dort dann auch betrieben. Also auch diese Möglichkeit habe ich. Und der dritte große Teil, den Microsoft jetzt derzeit anbietet, ist eben Dynamics 365. Das sind quasi die Unternehmens-Services, die Microsoft anbietet. Wer früher etwas gekannt hat, wie Microsoft Dynamics CRM hat es früher geheißen oder Navision. Diese Services werden über Dynamics 365 jetzt zusammengefasst. Aber Dynamics 365 bietet auch noch andere Business Services. Zum Beispiel, ich kann damit auch so Anwendungen steuern wie meine Marketing-Kampagnen kann ich damit machen. Aber ich kann auch ganz super moderne Anwendungen machen. Das werde ich dann noch erzählen aus einem konkreten Beispiel, was beim Kunden von uns passiert oder gerade passiert als neue Business Opportunity. Das bedeutet, ich kann auch solche Services verwenden, um zum Beispiel remote zu unterstützen. Und das ist auch etwas, was ganz interessant ist, wohin sich diese Cloud-Services entwickeln. Wenn wir uns das jetzt einmal anschauen und ich würde jetzt einmal Microsoft 365 ein bisschen größer aufmachen, welche einzelnen Services es da gibt, da sehe ich einfach, wie diese Services auch miteinander interagieren. Das bedeutet einfach, ich habe hier natürlich ganz klassisch, wie ich schon gesagt habe, Word, Excel, PowerPoint und so weiter, was ich nach wie vor installieren kann. Aber ich habe auch Cloud-Services, die Reihen über die Cloud betrieben werden. Ein Service zum Beispiel ist heute Microsoft Teams. Das ist genau diese Präsentationsplattform, wie ich heute eingestiegen bin. Microsoft Teams wird seit März ganz viel auch an Schulen eingesetzt, weil es einfach ein Werkzeug ist, wo ich solche Dinge wie ein Remote Learning für Schüler und Lehrer überhaupt ermöglichen kann. Wo ich einfach solche Plattformen nutzen kann, um das einfach zu verwenden und einfach im täglichen Leben auch zu integrieren und einfach auch eine Lösung zu haben, mit der ich dann zusammenarbeiten kann. Und das Interessante ist an diesen Services ist, dass ich auch hier sehe, dass zum Beispiel Dinge wie eine Amazon Alexa, eine Microsoft Cortana auch wieder verknüpft werden können mit Services, die in Richtung Microsoft 365 oder in Microsoft Azure einfach kombiniert werden. Und das bedeutet für mich als Kunde, ich bin einfach jemand, der die Services nutzt, der dafür auch für die Nutzung bezahlt, aber der nicht das Problem hat, ein gesamtes Rechenzentrum inklusive Hardware zu betreiben. Mich darum zu kümmern, ist die Hardware stabil? Kann ich skalieren? Habe ich genügend Speicherplatz? Sind meine Festplatten voll? Habe ich eine Klimaanlage? Alle solche Basisdinge, die man früher, wenn man ein Rechenzentrum betrieben hat, einfach mitdenken musste. Gehe ich jetzt einfach her und da sieht man natürlich, sage ich, ich möchte jetzt meine Aufgaben besser planen oder ich möchte Microsoft Teams verwenden, dann gehe ich auf eine Webseite, schließe ein Abo ab und kann das dann auch sofort nutzen. Was ich natürlich auch sehe und das trifft jetzt ein bisschen die nächste Seite und was ich vor allem auch sehr stark bei unseren Kunden jetzt verfolge, ist natürlich auch das Thema Cyber Security und man liest das täglich. Es gibt jetzt wieder einen aktuellen Finanzskandal in Österreich, wo ich einfach dann sehe, okay, was ist eigentlich das täglich Brot von einem modernen Hacker? Und das täglich Brot von einem Hacker kann zum Beispiel sein, Insider-Informationen von einem österreichischen Unternehmen abzuziehen und damit auch solche Dinge wie Insider-Handel zu erlauben. Oder dass ich zum Beispiel auch lerne, wie ein Unternehmen funktioniert und da gibt es etliche Beispiele, lerne, wie ein Unternehmen funktioniert, wie viel, wie die arbeiten, welche Informationen sie haben, die wert wären, weiter zu verkaufen oder man geht in die andere Richtung, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich lerne jetzt als Hacker über das Unternehmen und ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt beginne ich dann die internen Systeme zu verschlüsseln und verlangt dann einfach Bitcoins, damit das Unternehmen wieder den Entschlüsselungs-Key kriegt. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr viel Angst erzeugt, weil das viele auch nicht greifen können. Die Cloud ist etwas Virtuelles, das kann ich nicht angreifen, das kann ich nicht fühlen, das kann ich nicht schmecken, das merke ich einfach nicht. Und das kann aber mit einem Klick dann auch natürlich das Risiko sein, dass meine Daten verloren gehen, dass alle meine Kundendaten gestohlen werden und so weiter. Und das sind einfach so die täglichen Herausforderungen, die man jetzt eigentlich hat. Und was ich auch sehe, wenn ich mit unseren Kunden arbeite, ist sehr oft, dass hier eine Regelmäßigkeit entsteht, dass der Kunde sagt, liebe Martina oder liebe Edwork, wir haben ein Security-Thema, wir wollen auch, dass unsere Cloud-Services einfach sicher sind und auch abgesichert werden. Das heißt, es geht viel weiter, weil ich heute als Unternehmen auch nicht mehr sicher stellen kann, dass meine Daten innerhalb des Netzwerkes sind und auch nur dort. Weil zum Beispiel, wenn ihr darüber nachdenkt, es ist nach wie vor so, das Werkzeug, das am einfachsten zu einem Data-Loss führt, ist heute immer noch ein E-Mail-Attachment. Weil das bedeutet, ich mache ein E-Mail auf, setze ein Attachment dazu, verschickt das und dieses Dokument ist de facto aus Sicherheitsgründen für immer verloren. Ich kann dem auch nicht mehr folgen. Und genau so, das sind eben diese modernen Herausforderungen, die viele Unternehmen haben und die man sich auch anschaut. Das Interessante auch, was ich immer wieder diskutiere und wie wir mit vielen unserer Kunden auch immer wieder diesen Weg gehen, ist, die Cloud ist nicht sicher. Das sind böse Amerikaner. Microsoft liest alle meine E-Mails, um es jetzt völlig überspitzt zu formulieren und solche Dinge. Was ich gelernt habe in der Zusammenarbeit auch mit Microsoft ist, dass Microsoft extrem transparent ist, was Security angeht, was Zertifizierungen angeht und auch extrem bedacht sind auf das, wo sie sagen, ich möchte einen Schutz unserer Kundendaten gewährleisten. Das ist der Grund, warum es unterschiedliche Regionen gibt. Das ist der Grund, warum die Daten von europäischen Kunden in Europa liegen. Das ist auch der Grund, warum Microsoft sehr viele Zertifizierungen macht, einfach um auch das Vertrauen zu bilden. Weil eines, was man auch gelernt hat und was auch ich gelernt habe, ein Cloud-Provider ist immer jemand, dem ich vertrauen muss. Ich gebe dem alle meine Daten. Da fühlt sich jetzt niemand besonders wohl damit. Der denkt sich, wer weiß, was der damit tut. Wird er sie weiterverkaufen? Werden die gelesen? Werden die ausspioniert? Alles das sind so diese typischen Ängste, die mich auch begleiten, weil ich kann das nicht greifen. Ich sehe die Daten nicht. Die liegen auf irgendeiner Festplatte in irgendeinem Rechenzentrum, irgendwo in Amsterdam oder irgendwo in Dublin. Und genau das versucht eben ein Hersteller wie die Microsoft auch zu machen, dass sie sagen, okay, wir erzeugen Vertrauen. Wir gehen auch den Weg mit euch, mit den ISO-Zertifizierungen und so weiter. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass solche Dinge wie der Cloud Act, der aus meiner persönlichen Sicht Safe Harbor mit ein bisschen mehr Lippenstift war, wenn die dann fallen, dass natürlich die Unsicherheit bei Kunden auch wieder steigt und dass die dann sagt, darf ich überhaupt Cloud Services noch nach wie vor verwenden, weil wir haben keine keine gesetzliche Grundlage dazu. Und da ist es natürlich auch so, dass jedes Unternehmen auch gefordert ist, den Cloud Provider auch dementsprechend zu überprüfen und auch zu sagen, darf ich das? Kann ich das nutzen? Bin ich sicher? Und das ist auch immer so der Risikobewertung, die man hier macht. Gut, ich habe ja auch versprochen in meinem Titel, dass ich ein bisschen über die Vorteile rede, die aus meiner Sicht natürlich extrem gegeben sind. Und auch der Werner hat das schon einmal gesagt. Was sind die Vorteile von Cloud Computing und was sind auch die Vorteile von Microsoft Services, die ich hier drinnen habe? Der Riesenvorteil, den ich hier habe, sind natürlich die Kosten. Ich kann jetzt nicht hergehen, so wie man es früher immer gemacht hat, dass man sagt, ich kaufe ein Office Paket beim Mediamarkt. Das kostet mich jetzt 100 Euro. Damit schreibe ich jetzt meine Briefe für die nächsten 25 Jahre. Und dann kommt ein Cloud Experte dazu und sagt, bitte mach doch Folgendes, leg dir ein Abo an, bekommst du immer die neueste Software und so weiter. Die Kosten sind insofern ein Faktor, als ich mir den Betrieb spare und aus betriebswirtschaftlicher Sicht ich zwischen CapEx und OpEx noch unterscheiden muss. Das bedeutet aus kostensicht, ich bezahle nur das, was ich auch wirklich verwende. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil sehr oft ist es so, dass eigene Rechenzentren einfach auch überdimensioniert werden müssen. Ich brauche eine Redundanz, ich brauche eine Ausfallssicherheit, ich brauche eine dicke, fette Leitung, ich brauche eine gute Geschwindigkeit und so weiter. Und das muss ich alles im Voraus kalkulieren. Also es ist wie eine große Glaskugel, wo ich suchen kann. Wenn ich Azure Services verwende, bedeutet das, dass ich sage, okay, es gibt jetzt eine Wien-Wahl, ich weiß, wir sind ein großes Medium, unsere Webseite wird sehr viele Requests bekommen, dann muss ich für diese Zeit einfach nach oben skalieren. Das kostet mich zwar mehr, aber danach kann ich auch wieder runter skalieren. Und das bedeutet natürlich aus einem betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkt, dass ich da einen Riesenvorteil habe. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Geschwindigkeit. Wenn ich sage, die Internet-Provider heute und wir sind, und das haben wir durch Covid auch gelernt, wir sind in Österreich sehr gut gerüstet, was eigentlich Internet-Connectivity angeht. Wenn man sich das anschaut, wie es vielleicht in anderen Ländern ausschaut, Stichwort Hashtag Neuland, könnte das schon ganz anders passieren. Dass ich einfach in einer Gegend bin, wo ich vielleicht kein Internet habe, wo ich solche Sachen nicht habe. Das bedeutet aber auch für mich als Konsument, ich muss einmal schauen, dass ich zunächst möglichen Internet-Connectivity-Punkt komme, wo auch Microsoft dann ihre Kabel und ihr Netzwerk betreibt. Die Skalierung, die globale Skalierung ist etwas, was ich schon gern auch einmal herausstreichen möchte, weil eine globale Skalierung könnte auch sein, wenn ich international arbeiten möchte, dann muss ich auch in der Lage sein, global zu skalieren. Das bedeutet auch, ich muss auch in der Lage sein, auch in einem entfernten Land, China, Amerika oder sonst wo, auch meine Dienste anzubieten in einer vertretbaren Geschwindigkeit, weil das ist etwas, was der Konsument auch gewohnt ist oder was der User gewohnt ist. Dann habe ich natürlich die Produktivitätssteigerung. Das ist auch etwas, wir haben früher immer geredet und wir haben selber ein Rechenzentrum gemietet gehabt und selber Webhosting betrieben für unsere Kunden und so weiter. Und das war halt auch etwas, wo wir gesagt haben, unsere Kunden wollen das, die hosten bei uns, wir machen Webseiten für sie und so weiter. Nur irgendwann einmal sinkt die Produktivität, weil ich muss mich um die Security kümmern, ich muss mich um eine Leistung kümmern, ich muss das zur Verfügung stellen. Und irgendwann einmal stellt sich dann für Unternehmen auch die Frage, muss ich, wenn ich Milch trinken möchte, tatsächlich eigene Kühe im Stall haben, um die einfach weiter zu verwenden? Oder vertraue ich mir der Bank nicht, dass ich all mein Bargeld zu Hause einfach lagere? Muss ich eine eigene Bank sein? Und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, aus einem Produktivitätsgesichtpunkt, ich nutze die Services so lange, wie ich sie brauche. Und ich kann sie damit auch verwenden, nur solange ich sie brauche. Und was ich jetzt auch sehe, ist, wie wahrscheinlich unschwer zu hören ist an meinem Dialekt, ich bin keine Original-Wienerin, sondern ich komme aus Kärnten. Und ich habe jetzt sehr viel in Kärnten verbracht und habe mir ein Bio-Kistel bestellt. Wir haben Bio-Bauern, der in Kärnten ist am Packersee, alles wunderbar. Und was dem aber fehlt, ist einfach die Möglichkeit, dass ich online dieses Kistel bestellen kann. Die schreiben die Rechnungen in Word. Die haben einfach null Ahnung von Digitalisierung und trotzdem versuchen sie auch in diesen Weg einzusteigen. Und man merkt einfach, dass durch solche Werkzeuge bis jetzt angebunden werden, auch Unternehmen, die vielleicht nicht so einen guten Weg in Richtung Digitalisierung kam, hier der Einstieg erleichtert wird. Aus der Zuverlässigkeits- Perspektive ist etwas, und das habe ich jetzt auch erlebt während Covid, ich muss mich auf ein Service verlassen können. Ich habe sehr viel diskutiert mit meinen Kunden in der Vergangenheit. Ist E-Mail ein Business-Kritisches Service ja oder nein? Aus Business-Gesichtspunkten ist es das nicht. Also Business-Kritisch bedeutet einfach, wenn dieses Service eine Stunde ausfällt am Tag, verliere ich drei Millionen Euro, höchgesprochen. Das wäre ein Business-Kritisches Service. E-Mail ist vielleicht nicht Business-Kritisch, aber es ist User-Kritisch. Weil wenn ein E-Mail-Server einmal nicht mehr vergeht, habe ich innerhalb von fünf Minuten ganz viele Tickets offen. Die User sagen, ich kann nicht mehr arbeiten, weil Outlook ist einfach das Tool, mit dem ich jeden Tag arbeite und so weiter. Das heißt, ich muss auch eine Zuverlässigkeit gewährleisten. Am Beispiel von Microsoft ist das einfach so, da ist das nicht mehr mein Problem, ob diese Services laufen, sondern das ist das Problem des Herstellers. Und der Hersteller garantiert mir einfach eine Verfügbarkeit in einem Service-Level-Agreement, wo sie einfach sagen, unsere Services stehen da zur Verfügung und sie fallen auch nicht aus. Und darauf kann ich mich auch verlassen. Und das ist dann der letzte Punkt rund um Sicherheit. Warum ist das so ein wesentlicher Punkt? Ich diskutiere das immer wieder, auch mit meinen Kunden, dass sie sagen, ist ein Cloud-Service sicher? Bin ich nicht sicherer, wenn ich das alles selber mache? Und das sind so Diskussionen wie, wenn ich auf Amazon, wenn ich in der Google Cloud, wenn ich in Microsoft hoste, Microsoft ist ja für einen Hacker viel größeres und interessanteres Angriffsziel, dann mache ich das doch lieber selber, weil für mich interessiert sich auch ohnehin keiner. Und ganz im Gegenteil. Es ist einfach so, dass ich beim großen Unternehmen mit meinen Daten sehr gut aufgehoben bin, weil die natürlich ein ganz anderes Problem haben. Die müssen nämlich sicher sein. Die können es sich gar nicht leisten, ein unsicheres Service zur Verfügung zu stellen, weil das einfach für sie businesskritisch ist. Das zerstört das Vertrauen, das zerstört die Reputation und das zerstört auch letztendlich das Geschäft von diesen Anbietern. Und das muss ich mir natürlich auch immer vor Augen halten. Zum Stichwort Sicherheit ist es auch so und damit schließt sich der Kreis in Richtung Kosten. Es ist auch sehr oft so, dass ich die Sicherheitsmechanismen, die ein Hersteller bietet, kostenmäßig und Premises gar nicht herstellen könnte, um einfach sicher zu bleiben. So, was sind jetzt meine Herausforderungen? Die gleichen. Weil auch hier habe ich folgendes Problem. Wenn ich nicht aufpasse und mich nicht auskennen, wie meine Cloud-Services skalieren, dann kann es zu einer Kostenexplosion kommen. Und das weiß ich vielleicht im Voraus nicht. Und das bedeutet auch, ich muss sehr gutes Know-how auch aufbauen. Wie verwende ich Cloud-Services? Es gibt Dienste, die sind sehr kostengünstig. Und es gibt auch Dienste, die sehr viel Kosten verursachen können. Und das bedeutet auch, wenn ich mich um Services wie Microsoft Azure oder AWS und so weiter kümmere, dann muss ich auch schauen, wie ich die optimal nutze. Warum? Weil sich sonst die Hersteller freuen, dass ich zu viel zahle für eine Leistung, die vielleicht anders billiger bekommen hätte oder günstiger bekommen hätte. Genauso Geschwindigkeit hatte ich schon angesprochen. Auch bei den Vorteilen ist einfach, wie schnell kann ich in diese Services einsteigen und wie komme ich dort rein? Und genauso natürlich Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Bedeutet einfach, ist das Cloud-Service sicher? Ist es zuverlässig? Fällt das vielleicht aus? Was tue ich? Gibt es einen Exit-Plan? Gibt es einen Exit-Plan, wenn ich aus irgendwelchen Gründen gezwungen werde, aus dem Cloud-Service wieder auszusteigen? Wie mache ich das dann? Habe ich eine Exit-Strategie? Ist das Cloud-Service sicher? Was ist, wenn meine gesetzlichen Grundlagen wegfallen und ich tatsächlich das Cloud-Service wechseln muss? Das sind einfach diese Herausforderungen, die man immer wieder besprechen muss und die auch mit Kunden, die ihnen auch klar werden muss. Also ich gebe euch jetzt einmal ein aktuelles Beispiel. Vor der Datenschutz-Grundverordnung in Österreich waren solche Dinge wie Datenklassifizierung gar kein Thema, nirgends in Europa. Dieses Bewusstsein ist erst geschaffen worden mit der DSGVO, wo man einfach gesagt hat, Leute, so geht es nicht. Ihr könnt nicht alle eure Kundendaten für immer und ewig behalten in irgendwelchen Dateien für ewig. Die werden dann gestohlen und so weiter. Und erst damit schafft man auch dieses Bewusstsein. Und das ist eben auch eine dieser modernen Herausforderungen, wo ich sage, ich muss mich darum kümmern. Ich muss halt die Möglichkeit haben, wenn die Martina Grom bei einem Unternehmen in Österreich anfragt und sagt, welche Daten habt ihr über mich, dass ich diesem Auskunftsbegehren auch Rechnung tragen kann und dass ich solche Dinge auch beantworten kann. Das ist etwas, das wollte ich zeigen, weil das aus meiner Sicht ganz gut passt zu den letzten Monaten, die wir da hatten. Und das passt auch ein bisschen genau zu dem Bild, was ich eingangs erzählt habe, wie es mir eigentlich gegangen ist, wo ich mit Cloud Services angefangen habe. Ich arbeite mit sehr vielen Unternehmen und ich habe immer wieder das Thema, dass es nicht nur um eine digitale Transformation geht, sondern es geht eigentlich auch um ein Change der Unternehmenskultur und des Bewusstseins, was einfach Dinge auslösen können. Und jetzt ist es natürlich auch so passiert, dass durch die globale Pandemie, die einfach passiert ist und auf einmal Leute, die sofort im Homeoffice waren, natürlich, dass er einen riesen Schub bekommen hat. Und ich natürlich, die seit Jahren durch durch den europäischen Raum reise und sage, geht es in die Cloud, ihr spart euch viel Geld, das ist alles viel schneller, es ist alles viel sicherer, habe mir dann auch gedacht, okay, es sind jetzt solche globalen Einschnitte, die einfach passieren, die dann zu etwas führen, das eine Digitalisierung extrem antreibt. Und trotzdem sehe ich auch, dass wir mit der Digitalisierung noch nicht so weit sind, wie ich es gerne hätte. Weil eine Digitalisierung wird für viele noch immer damit verstanden, ich nehme ein Dokument, unterschreibe es, scanne es ein und schicke es dann per E-Mail an eine Behörde. Das ist bitte nicht Digitalisierung, wie wir sie leben sollten. Wir sollten uns darum kümmern, wie kriege ich einen guten Zugang zu digitalen Medien und wie kann ich meine Prozesse auch gut optimieren und die dann auch verwenden. Zum Abschluss noch möchte ich ein paar Beispiele erzählen, wie wir sie erlebt haben in den letzten Monaten, beziehungsweise auch in den letzten Jahren, weil ich mit allen diesen Industrien und auch allen diesen Sektoren gearbeitet habe. Also zum Beispiel im öffentlichen Dienst ist es natürlich sehr schwierig, dass man sagt, okay, ich verwende Cloud-Services von einem amerikanischen Hersteller. Da geht es um ganz große Themen wie sind die Daten sicher, kann ich die einsetzen und so weiter. Und ihr habt das vielleicht auch mitverfolgt. Es ist jetzt während Covid eine große Diskussion entstanden. Es haben Schulen verwendet, Microsoft Teams, dann haben viele Zoom verwendet und so weiter. Und dann ist natürlich ein großes Sicherheitsfragezeichen gekommen. Kann ich das überhaupt machen? Oder ein zweites Beispiel, das ich immer wieder ganz gern in der ZIP 2 anschaue. Man sieht, man schaut sich die ZIP 2 an, sieht wie ein Minister interviewt wird und der sagt, alles kein Problem, ich manage mein Kabinett über WhatsApp. Und das sind genau diese Themen, die mich immer wieder ein bisschen beschäftigen, weil ich mir dann denke, wir müssen sicher sein, wir reden so extrem viel über, das ist alles so unsicher, wir dürfen das nicht verwenden. Und dann wird aber auf der anderen Seite ganz was anderes gelebt. Also es ist für mich ein bisschen Wasser predigen und Wein trinken, was ich da sehr oft auch erlebe. Was ich auch gesehen habe im öffentlichen Dienst sind einfach, dass es hier extremes Potenzial gibt, einfach digitale Prozesse auch zu optimieren und damit für uns alle eine Digitalisierung weiter zu treiben. Ich würde mir wünschen, als Kleinunternehmen in Österreich, dass es einfach eine Unterstützung gibt von anderen kleinen Unternehmen in Österreich, wie man einfach eine Digitalisierung auch vorantreibt. Wo man nicht sagt, ja statt bei Amazon kauf jetzt bei Schöpping, sondern wo man auch sagt, hey du bist ein kleiner Biobauer in Kärnten, da hast du eine Plattform, die kostet dich 5 Euro im Monat und du kannst digital einfach alles verkaufen. Und genau sowas würde ich mir auch wünschen vom öffentlichen Dienst, dass hier eine ganz starke Unterstützung kommt. Das zweite Beispiel, das ich möchte, ist einfach Konzern. Und wir arbeiten mit sehr vielen großen Unternehmen zusammen. Und das ist jetzt egal, ob es ein Mineralölkonzern ist oder eine große Bank oder ein Pharmakonzern. Alle haben die gleichen Herausforderungen. Sie sagen, wir arbeiten weltweit. Wir brauchen ein Service, das zuverlässig ist. Wir müssen schnell sein. Wir müssen reagieren drauf. Und das sind einfach diese Themen, die uns immer wieder beschäftigen. Und während Covid ist Folgendes passiert. Und das gefällt mir eigentlich auch, weil ich auch sehe, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben unsere Kunden zu Beginn der Pandemie alle ein bisschen kontaktiert. Haben wir gesagt, braucht ihr Unterstützung? Können wir euch wo helfen? Wie können wir eure Leute jetzt im Homeoffice sicher verbinden und so weiter? Und wir haben ganz unterschiedliche Kunden. Manche, die begonnen haben mit Cloud-Technologien zu arbeiten seit vielen Jahren. Die haben so wilde gelächelt und haben gesagt, du Martina, alles gut. Funktioniert wunderbar. Wir haben jetzt 6500 Leute im Homeoffice und wir haben kein Thema. Andere Kunden wieder haben gesagt, du Martina, ich muss jetzt 7000 VPN-Zugänge kaufen. Ich muss die alten Notebooks aus dem Keller holen. Ich muss einfach schauen, dass wir uns alle connecten und dass wir dann irgendwie arbeiten. Und ich erstelle jetzt Schichtpläne von Unternehmern, dass ich einfach sage, die Martina Grom darf von 8 bis 10 ins VPN, da Werner Ilsinger von 10 bis 12 und so weiter und so fort. Und das sind einfach diese Herausforderungen, die man sieht. Und die sieht man im Mittelstand, wie auch in einem Großkonzern, je nachdem, wie gut ich vorbereitet bin auf solche Situationen. Im Mittelstand sehe ich halt jetzt auch sehr oft von den Beispielen her, da kommt es sehr stark auf die Industrie drauf an, also auf die Branche, wo sie arbeiten. Im Mittelstand ist es sehr oft so, dass einfach das war, braucht man nicht. Wir haben unser Rechenzentrum, wir machen uns das alles selber und wir versuchen das weiter zu handeln. Und da ist es natürlich so, dass eine Digitalisierung auch sehr schwierig werden kann. Beziehungsweise Cloud Computing vielleicht jetzt erst beginnt. Und bei den Einzelpersonen ist es grundsätzlich so, dass eine Einzelperson natürlich die Nutzung von Cloud Diensten auch jeden Tag verwendet. Jeder verwendet am Handy und so weiter. Und das sind eigentlich auch die, die die Digitalisierung ein bisschen weiter treiben. Weil sie einfach sehen, auch meine Kinder haben in der Schule Microsoft Teams. Warum habe ich das im Unternehmen noch nicht? Wäre doch viel einfacher, müsste man nicht in Telefonkonferenzen sitzen und uns hier drüber austauschen. Und das sind einfach so die Themen, die mich halt beschäftigt haben und die mich vor allem auch in den letzten Monaten sehr stark beschäftigt haben. In diesem Sinne, ich habe ja versprochen, ich bleibe in der Zeit. Was ich eigentlich sagen wollte und was für mich auch die Kernbotschaft ist, egal mit welchem Hersteller man sich in ein Cloud Service begibt, es ist einfach für jeden etwas dabei. Ich kann das auch jederzeit verwenden. Was extrem hilfreich ist, ist natürlich, wenn ich in Richtung einer Digitalisierung und einer Standardisierung von meinen Services gehe. Standardisierung im Sinne von, ich habe einen Business-Prozess, der schaut immer gleich aus und den werden wir in Zukunft auch digital abwickeln. Ich gebe euch ein konkretes Beispiel. Wir sind jetzt dabei, auch unsere Buchhaltung gemeinsam mit unserem Steuerberater zu digitalisieren. Und das ist de facto ein Riesenkrampf. Weil es geht darum, dass unsere Steuerberatung Zugriff braucht auf unser Firmenkonto. Da wird von der Bank ein Dokument ausgedruckt, per Post bei uns verschickt. Das schicken wir dann wie einen Kettenbrief im Kreis, damit dann eine Originalunterschrift zurückgeht an die Bank, damit wir diese Zugriffe bekommen. Und das ist genau etwas, was ich vielleicht heute nicht mehr so verwenden sollte. Wo ich vielleicht ein digitales Vertragsmanagement verwenden sollte, wo ich dann einfach sage, okay, das können wir schneller lösen. Und dann gibt es aber ein extrem gutes Beispiel, das wollte ich noch erzählen. Ich habe, wir arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, wo normalerweise Servicepersonal zum Kunden vor Ort gereist ist, um dort sehr große, nennen wir es Maschinen zu warten. So, jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben eine globale Pandemie und es gibt einfach Reisebeschränkungen. Das heißt, die Service Engineers können nicht mehr vor Ort fahren. Das heißt, die Wartung ist unmöglich. Was dieser Kunde gemacht hat, der ist einfach hergegangen, hat ein sogenanntes Remote Assist Service benutzt, wo ein Techniker beim Kunden entweder mit einem Handy oder mit einer HoloLens die Maschinen anschaut und sagt, so schaut das aus, das sehe ich. Und der Experte bei meinem Kunden leitet dann den Engineer vor Ort an, wie er diese Maschine selber reparieren kann. Und das ist aus meiner Sicht, das ist ein fantastischer Use Case, weil das einfach auch in der Zukunft uns alle irgendwo bewegen wird, dass wir einfach sagen, ist es jetzt wirklich notwendig, dass ich mich ins Flugzeug setze, zwölf Stunden irgendwo hinfliege, damit ich dann eine Schraube von A nach B versetze oder kann ich sowas eben auch über Digitalisierung und über Remote Lösung einfach machen. Und der letzte Punkt, auf den ich hinweise, ihr habt es ja schon gemerkt, ich bin ein bisschen sehr Security-focused im Moment. Ich sehe es leider sehr oft, dass die Sicherheit auch bei Cloud Computing möglicherweise auch manchmal ein Stück weit zu wenig ernst genommen wird und dann natürlich der Schaden sehr groß sein kann für jedes Unternehmen, wenn ich das nicht auch rechtzeitig ein bisschen adressiert habe. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn es weitere Fragen gibt, ich bin ja heute nur remote dabei, ich bin nicht vor Ort, ich habe das nicht gesehen. Ich freue mich über jeden, der sich mit mir verbindet, über LinkedIn. Ich bin ja gern bereit, mit jedem noch ein bisschen weiter zu diskutieren bzw. wenn ihr Fragen habt, einfach ein E-Mail schreiben und würde mich freuen, wenn ich vielleicht drei Fragen heute bekomme, wenn es die anderen nicht bekommen habe und dass wir vielleicht noch die letzte halbe Stunde ein bisschen nutzen, um über das Thema, auch um ein bisschen Meinungen zu hören. Dankeschön. Dankeschön. Ich werde jetzt ein bisschen näher zum Mikrofon gehen und ich hoffe, dass wir die jetzt online besser hören. Danke, Martina, für den sehr tollen Vortrag. Ich glaube auch, dass sehr viele gerade wissen, wo sie überall Cloud verwenden. Und auch das Sicherheitsthema war sehr gut, weil ich glaube, auch das wird uns noch länger beschäftigen müssen. Und jetzt wieder meine Frage ins Publikum. Gibt es eine Frage? Gibt es eine Online-Frage? Ja, da gibt es eine Frage von... Hallo, es ist Schrems. Die Frage ist jetzt, ob die Martina das hört. Ja, ich versuche schon mal. Meine Frage einstet sich in die Richtung an den Vortragenden. Wie weit glaubt ihr, dass Cloud Computing unser Verhalten in der Art, wie wir leben und in der Art, wie wir arbeiten, verändert und was die typischen Beispiele sind? Weil, weil ich verstanden habe, hat uns Cloud ja schon erwischt sozusagen an Ecken und Enden. Und wo geht da die Reise hin, dass man sagen kann, dass es wirklich, das wird zu einer Verhaltensveränderung führen. Außer, dass wir keinen Serverraum mehr im Büro haben. Waren das akustisch verständlich? Ja, es war akustisch gut verständlich. Ich wiederhole nur die Frage, weil das Meeting wird, soweit ich weiß, ja auch aufgezeichnet. Soweit ich das verstanden habe, war die Frage, ob Cloud Computing auch unsere Art zu arbeiten und zu leben einfach beeinflussen wird, abseits von der Tatsache, dass ich dann kein Rechenzentrum bei mir vor Ort habe. Korrekt? Korrekt. Korrekt. Aus meiner Sicht ja, und das hat vielleicht das letzte Beispiel, das ich erzählt habe, gebracht mit diesem Remote Assist Service. Ich kann natürlich über solche Services wie eine Internettechnologie möglicherweise auch notwendige Geschäftsreisen oder wie sie früher vielleicht notwendig waren, auch in Zukunft vermeiden. Ich kann also auch damit zum Beispiel sagen, nicht nur aus Unternehmenssicht, sondern vielleicht auch aus ökologischer Sicht, brauche ich jede Geschäftsreise, muss ich überall hinfahren. Und versteht es mich nicht falsch, ich wäre auch irrsinnig gern jetzt im ersten Bezirk persönlich vor Ort. Aber es ist natürlich auch etwas, wo man dann sagt, ist es notwendig, dass ich dann auch vielleicht reise, wenn ich vielleicht gerade in Kärnten bin oder wenn ich gerade irgendwo anders bin. Und ich glaube, dass genau solche Einflüsse uns als Gesellschaft in Zukunft auch ganz stark begleiten werden, weil wir verlassen uns auch darauf. Oder ich gebe jetzt ein Beispiel der Elektromobilität. Ich verlasse mich ja darauf, dass wenn ich ein Auto habe, das elektrisch fährt, dass da ein Navigationssystem drinnen ist, dass da mehr Spotify-Service drinnen ist und so weiter. Das heißt, unser Leben hat sich ja aktuell schon verändert. Weil wir sind einfach diese ganzen Services gewohnt. Wer setzt sich noch in ein Auto mit einem Wien-Plan und versucht dorthin zu finden, wo er hin muss. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns einfach extrem begleitet und was auch alles durch Cloud-Services oder durch Internet-Technologien uns ganz gut weitergebracht haben. Von Linshauton In diesem Moment Entscheiden Ein clips